Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen die unterschiedlichen WIGLOT und WPML. Nochmal, wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist, dann ich habe auch mein Englisch Video. Ich habe dieses Website mit WIGLOT, in anderen Videos habe ich jetzt gemacht, wie ich die Erstellungen von WIGLOT zu machen und ich habe hier auch Spanisch und wenn wir sind in die Wordpress Dashboard, wir konnten hier einfach wechseln, wir suchen für Deutsch und ja, wir haben auch hier, hier die, in die Dashboard, die WIGLOT Dashboard, wir konnten hier die API Key erstellen, was ist die Original Sprache, oder zum Beispiel, wenn wir Deutsch haben, wir konnten hier Pexel und zum Beispiel hier Englisch zu wählen. Und auch hier haben wir in die WIGLOT die Möglichkeit, die Buton ändern, so wenn wir einen Dropdown oder eine List mit der Pfanne oder mit ohne und so weiter. So wenn wir ändern, möchten machen, dann hier ist die Möglichkeit, auch für die, für WoW möchten wir das Language Switcher zu positionieren. Und auch haben wir hier die Möglichkeit, die Exklusion von den URL, was wollen wir haben, was möchten wir nicht zeigen. Und auch haben wir hier die Möglichkeit, die Redirection, wenn ein Mann hat die, zum Beispiel die Chrome, die Google Chrome auf Englisch, dann geht die User in die englische Version oder in die deutsche Sprache oder in die spanische Sprache. So dass, das sind die Möglichkeit, so, machen wir die Speicherung. Und dann konnten wir noch mal sehen, dass auf Deutsch es wird. Und dann haben wir hier eine sehr schnelle Übersetzung. Wir haben hier, ja, natürlich, mein Deutsch, ich bin nicht echt deutschsprachiger, aber, ja, ich finde gut, als ich, ich denke. Ich bin Textblock, mehr Lesen, ein bisschen mehr Bücher, die perfekte Umgebung und so weiter. So, das ist eines von den Vorteilen von Weglow, die, es ist sehr effizient und sehr schnell, die Übersetzung. Und dann sehen wir mal, ich zeige euch, WPML in meiner Website, ich habe WPML, weil ich habe so viel Text in meinen Blogbeiträge. So, das ist ein guter Vorteil von WPML, wir haben kein Wortlimit. Zum Beispiel, ich habe hier auch zehn Sprachen und diese Seite. Das ist auch die Möglichkeit, wir haben auch kein Limit. Wir konnten von Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugaisen so weiter wählen. Und auch, zum Beispiel hier, haben wir die Möglichkeit zum Übersetzen so viele Texte. Diese Seite, ich denke, hat ungefähr 1500 Worte. So, ja, natürlich, ich habe dieses Limit nicht, aber die automatische Übersetzung, ich denke, für mich, dass ich nicht Deutsch, richtig Deutsch spreche, dann, ja, ich weiß es nicht ganz ehrlich, wie gut oder wie 100% richtig ist. Aber ich denke, es ist okay für eine automatische Übersetzung, ich benutze DIPO. Und, ja, das ist die gute Sache von WPML. Und dann, ich zeige euch, ich gehe hier in die WPML. Und ich möchte euch sagen, wie es geht. Hier auch die Unterschiede sprechen, wie glott. Ich habe jetzt geredet, aber ich zeige euch, dass hier mit WPML haben wir die Möglichkeit zum mindestens 30 Sprachen zu wählen. Wir haben hier Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch und die andere Sprachen. Und wir haben dieses Limit nicht. Zum Beispiel, wenn wir gehen in Wiglot. Hier in Wiglot. Ändern wir hier, und wir haben nur die Möglichkeit zum 1, 3, 5 in die Proplan oder 10 Sprachen zu wählen. Aber als eine Empfehlung, die ich mache, bitte im Wiglot maximal in dieses Plan zwei Sprachen oder hier drei Sprachen, weil mit Wiglot haben wir dieses Wort Limit, die Wort Limit. Und, ja, es ist mit fünf Sprachen, es ist einfacher, um dieses Nummer zu erreichen. So, bitte, hat das in mind. Und, ja, und ich gehe nochmal zurück. So, dies ist ein großer Unterschied zwischen Wiglot und WPML. Ich gehe weiter zum anderen Unterschied. Dann haben wir hier die URL-Format. Mit WPML konnten wir die Zwischen 3-Format wählen. Wir haben hier die Subfolder. Das ist eine Mainz, die dazu anfällt. Und konnten wir auch eine unterschiedliche Domain. Zum Beispiel sage ich euch Amazon.com und Amazon.de Zum Beispiel, dies ist die deutsche die deutsche Seite von Amazon und haben wir mit TE und für die USA haben wir die .com oder für Mexiko es ist .mx so konnten wir hier auch diese zu erstellen mit WPML. Aber wenn wir keine drei Domains haben, dann die einfache Weg ist die Subfolders. auch haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir die Language Switcher zu erstellen, wenn wir die Flagge möchten, die Flaggen und auch die Name und so weiter. Hier haben wir auch die Möglichkeit, so wie Wiglot. Und von hier, ich zeige euch auch die Browser Redirect, so haben wir auch diese gleiche Erstellung, es ist ein bisschen Wiglot und WPML. Und konnten wir hier die Redirection aktivieren. Und dann hier in die Settings, möchte ich euch zeigen, in die Erstellung haben hier die Advanced, das ist die neue Sache von WPML, so haben wir ein einfacher Weg zum automatischen Übersetzung. So, wenn wir möchten DeepPool zu benutzen, dann haben wir, müssen wir hier die Advanced Translator Editor. Und ich möchte euch sagen, auch eine wichtige Sache, wenn wir möchten die URL zum Übersetzen, hier mit WPML, dann müssen wir hier die Translate wählen. Und dann konnten wir hier zum Beispiel hier die URL zum Übersetzen mit WPML. Und mit Wiglot, das ist nur möglich, wenn wir hier haben hier den Advanced Plan. Ich habe hier die Starter Plan und aber wir müssen die Advanced Plan zum diesen diesen URL übersetzen. Wenn wir möchten eine internationale SEO machen oder eine Strategie zu folgen, dann dieses URL-Slog ist eine wichtige und sehr wichtige Möglichkeit zu haben. und es ist besser, wenn wir haben die URL-Slogs, wenn wir zum Beispiel hier in Frankreich oder Spanien oder Italien zu gehen, eine bessere Positionierung in die Google, dann müssen wir hier einen URL-Slogs haben. Und auch mit WPML haben wir hier die Möglichkeit zum die Bild übersetzen. Zum Beispiel, wenn wir hier die englische und die deutsche Bild haben, dann haben wir hier auch die Möglichkeit zum Übersetzen. Ich habe hier aus Spanisch und ich habe auch die anderen Bilder in anderen Sprachen. Ja, natürlich, das ist mehr Arbeit, aber es geht mit dem Sprachen und auch dem Bild. Und hier in die Translation Management von WPML gehen wir hier in die Translation Tools und zeige ich euch, dass zum Beispiel, wenn wir haben hier jetzt die Sprachen ausgewählt, dann konnten wir hier zu sehen, welche Sprache konnten wir in Google, Microsoft oder DeepL zum Übersetzen. Und am meisten, die ich habe, sind mit DeepL zum Übersetzen, ist möglich zum Übersetzen, so deswegen habe ich diese Sprache. Und auch, ja, es ist, es kostet mehr die automatische Übersetzung mit WPML, müssen wir ja natürlich die Progin zu zahlen. Aber wenn wir möchten die automatische Zahlung machen, zu haben, dann müssen wir zum Beispiel die Nummer von Credits zahlen. Zwei Dollar für 5.000 Kredits und so weiter. Und auch haben wir hier die automatische Übersetzung zu verstellen. Und wenn wir nur DeepL automatisches Software haben, dann müssen wir hier dieses Microsoft und Google zu. Oder wenn wir möchten die Microsoft Übersetzung, dann müssen wir hier am ersten und dann zweite DeepL zu haben. Aber, ja, natürlich, DeepL ist die beste und ja, das ist die, alle müssen, ich denke, die alle müssen dieses DeepL zu benutzen. Okay, so ich gehe nochmal in die Weglots Dashboard. Und ich möchte euch zeigen, haben hier die Deutsch, haben hier die Deutsch Translation Management. Und wir werden sehen, dass diese ist die gleiche als WPML Translation Manager. Und wenn wir die Media Translation übersetzen machen, sollen wir, oder müssen wir hier die Bild übersetzen. So ich denke hier, wir müssen hier die URL suchen und dann die neue deutsche URL. Dann müssen wir hier gehen, dann müssen wir hier gehen und auswählen. Wenn wir hier gehen, dann gehen wir hier in die URLs und müssen wir hier am besten die Sync. Und das wird schneller die Übersetzung. Und das wird schneller die Übersetzung. Wie die Shop, zum Beispiel gehen wir hier in die Shop, Start Page. Okay, so es soll schneller sein. Dann gehen wir hier in die Shop. Und jetzt haben wir hier die, in die linke Seite, die inglese Worte oder die inglese Satze. Und in die rechte Seite haben wir die deutsche Satze. Und wenn wir etwas möchten ändern, dann machen wir Manuel. Und jetzt habe ich hier die WPML Seiten Translation Manager und habe hier auch einen Text von meiner Webpage. Und ich zeige euch, wie es geht. Wenn wir möchten, die Übersetzung zu machen, ja, dann, dann hier ist es nicht jetzt übersetzt. Deswegen hier ist ein Nachteil von WPML, das ist, ich brauche Zeit zum Übersetzen. Ja, es ist möglich, so eine Bulk-Übersetzung, so viele Seiten zum Übersetzen. Aber hier, wir müssen eins zu eins, zum Beispiel hier. Wir konnten hier dieses Flash klicken. Und dann haben wir hier, ich habe jetzt auf Französisch, habe ich jetzt alle meine Deutschseiten übersetzt. Aber zum Beispiel, wenn wir möchten, von meinen Sprachen nach anderen zum Übersetzen, dann müssen wir hier übersetzen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die ganzen Seiten übersetzen. Und dann klicken wir hier in den blauen Button. Und jetzt ist es fertig. Und, aber es nimmt die Credits. Und, ja, ich gehe in die Page und ich habe hier die englische. und natürlich habe ich auch Spanisch, Deutsch und Französisch. Und ja, das ist die Möglichkeit, die vielen Seiten und Sprachen zu übersetzen mit WPML und das ist so wie es geht. Aber wenn ich zum Beispiel eine neue Beiträge erstelle, zum Beispiel, ich zeige euch, ich habe hier die Cloudways, ich habe hier die Titel und ich habe hier den Text. Und dann, ich mache hier die Publish. Und wenn ich gehe in die, ich habe hier die Managed Class Hosting Plattform. Und wir müssen hier die, in welchen Sprachen sollen wir übersetzen sollen, müssen wir hier die Deutschsprache auswählen. Okay, und eine andere Sache, die ich benutze, ist die Tipool für Microsoft Windows zu benutzen. Und mit dieser, ich habe hier die Möglichkeit zum Sparen Credits. und es wird ein bisschen schneller. Zum Beispiel habe ich hier und haben hier die, aber dies ist auch eine Manuelle Übersetzung und es wird, nimmt Zeit. Aber, wenn wir hier hier zu zeigen, ich habe hier die Beiträge und ich gehe hier in die Deutsch und es ist jetzt auch die Deutsch. Aber, ich möchte euch zeigen einen großen Unterschied hier in die Weglots-Seiten, wenn wir hier eine neue Beiträge haben. Und dann Publish. Dann, das erste Mal möchte ich euch gehen. Und dann, wir haben hier, wir haben hier, bitte diese Nummer, 334. Okay, so wir gehen hier in die Posts. Wir haben hier die Texte. Wir haben hier die gleiche URLs. Wir haben hier auf Deutsch und es ist nicht möglich zu übersetzen. Aber wir haben jetzt die Übersetzung gemacht. Es war schneller und es war einfacher. Wir müssen nicht sehr viel Zeit zu benutzen. Und wenn wir hier nochmal in die Dashboard zu sehen, es ist mehr. Wir haben jetzt 446 Worte. So, das heißt, dass dieses Wort Limit wir gehen in dieses Weg, um dieses Nummer zu erreichen. So, ja, das ist eine Sache zu haben in meinem Kopf. Und ja, das ist eine andere von dem Unterschied zwischen Weglot und WPML. Und ich möchte euch noch ein paar Sachen zeigen. Wenn wir gehen hier in die Plugins und wenn wir deactivieren Weglot, dann haben wir hier kein Problem. Wir haben hier auch die Seite. Wir haben hier auch die Seite. Aber leider haben wir nicht die die deutsche Seite. So, wir haben nur die original Sprache. In diesem Fall, wir haben Englische. So, wenn wir gehen nochmal hier in die Plugins und wir activieren, dann haben wir hier nochmal. Und wir haben kein Problem. Aber ich möchte euch zeigen, hier in anderen Seiten. Wir haben hier zum Beispiel, aber dieses ist auf Spanisch. Dieses ist eine Leggings-Store. Okay, so ich habe hier. Aber ich möchte euch zeigen, wir haben hier auch normal. Aber was passiert, wenn wir deaktivieren WPML? Das ist jetzt deaktiviert. Und leider, wir haben hier die duplizierte Seiten. Und das, wenn wir so viele Seiten haben, das vielleicht wird chaotisch auch für WooCommerce. So, deswegen für WooCommerce empfehle ich Weglot. Weil Weglot, es ist nicht sehr, alle die Übersetzung bleibt in Weglot's Database. Und ja, leider, wenn wir etwas mit einem Plugin oder einem anderen Plugin Problem haben und wir müssen deaktivieren, dann müssen wir WPML deaktivieren und nochmal aktivieren. Aber ja, natürlich, wenn wir nochmal, haben wir WPML aktiviert, dann haben wir hier dieses Problem nicht. Aber es ist auch eine Sache zu wissen. Und am Ende möchte ich euch zeigen, andere Unterschiede, das es gibt. Und hier haben wir den Code, den Site Code. Und mit Weglot haben wir hier zum Beispiel diese deutsche Sprache Seite. Es ist hier outdeutsch. Und haben wir hier jetzt die Canonical. Es ist eine gleiche Seite als die originale. Und hier sage Weglot zum, die Crawlers von Google oder Bing, dass diese ist die Sprache von. Und auch, dass diese ist die Description, die Beschreibung von dieser Seite. Oder wenn ich gehe zum Beispiel hier in diese Seite, ich gehe hier. Und zum Beispiel hier in dieses Mal WPML sagt, dass es gibt eine englische Version, eine spanische, deutsche und französische. Und das ist die URL für diese Seite. Und auch, wenn wir gehen hier in die Titel, haben wir hier die Titel auf die original Französisch und die Beschreibung auf Französisch. Und ich denke, dies ist besser als in Weglot. Aber das ist auch ein anderer Unterschied zwischen WPML und Weglot. So, ich hoffe, dass diese Video habe euch geholfen. Wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist. Nur noch mal, ich habe mein englische Video. Ich empfehle Weglot für die WooCommerce Seiten. Oder alle, die nicht sehr viel Zeit haben zur Übersetzung. Und WPML, ich empfehle für die Seiten zum Beispiel die Nachrichtkeit oder die Blogseiten. Oder andere Seiten, die viel Text haben. Ob ihr Fragen habt, bitte schreibt. Danke für's sehen. Mit der doin hadet eine in auf mit weiter mit